Wichtige Erfahrungen zum Fitline Power Cocktail. Wenn du Teampartner bei Fitline bist, dann zeige ich dir jetzt, wie du den auf Facebook verkaufen kannst, den Fitline Power Cocktail. Es gibt ein neues Wortmarkenupdate. Achtung! Das bedeutet, wenn du Fitline erwähnst, auf Facebook oder auf Instagram oder Fitline Power Cocktail, dann wird deine Reichweite maximal eingeschränkt. Das gilt nicht nur für Fitline natürlich, sondern für alle Firmen und deswegen brauchen wir ein neues Konzept, wir brauchen neue Lösungen. Ich gebe dir heute Posting-Vorschläge mit und erkläre dir diese auch. Lass uns gleich starten. Ja, der erste Posting-Vorschlag lautet die tägliche Power-Formel für deinen perfekten Start in den Tag. Ich möchte das kurz erklären, also am besten du schreibst dir das mit und ich möchte dir das erklären, um was es da geht. Das heißt, für die Menschen ist wichtig, dass sie voller Energie aufwachen und stell dir vor, sie sehen jetzt ein Posting von dir und fühlen sich aber total müde. Wichtig ist hier, dass du über Gefühle sprichst, dass du das Gefühl teilst, dass du ihnen erzählst, dass du eine Power-Formel hast. Achtung! Wir sprechen nicht über den Fitline Power Cocktail, weil sonst fallen wir in dieses Wortmarken-Update. Das heißt, wir sprechen über eine Power-Formel vielmehr, die deinen Tag so positiv verändert hat und gib ihnen einen Vorgeschmack darauf, wie sie davon profitieren können, was es bei ihnen auslösen kann. Verwende dabei inspirierende Worte und beschreibe, wie sich dein Leben seitdem verändert hat. Also berichte einfach aus deiner eigenen Erfahrung, aber setze nicht den Verkäuferhut auf, sondern schau, dass du wirklich seriös und professionell bleibst. Wichtig ist, dass du in diesem Posting absoluten Mehrwert teilst. Also wirklich Dinge, die den Leuten wirklich helfen. Auch außerhalb vom Fitline Power Cocktail. Also es geht nicht nur darum, jetzt quasi die Power-Formel sozusagen zu bewerben, sondern wirklich sich zu überlegen, was machst du für deinen perfekten Start. Du hast ein Fitline Power Cocktail, ist deine Erfahrung, aber du hast noch ein, zwei andere Sachen auch noch und gib das den Leuten mit. Wichtig ist dabei, dass du Mehrwert gibst. Du gibst zum Beispiel drei Dinge, die Mehrwert sind, Mehrwert-Tipps. Und dann sagst du, ja, aber mein absoluter Tipp, der mir wirklich geholfen hat, dass ich mit sieben Kindern um 4.30 Uhr in der Früh aufstehe, voll Power, den verrate ich dir, wenn du mir eine Nachricht schickst. Möchtest du denn wissen? Ich habe wirklich sieben Kinder und ja, ich habe auch Erfahrung mit dem Fitline Power Cocktail, weil ich mal Teampartner bei Fitline war und im siebten Monat 210.000 Monatsumsatz gemacht, by the way. Aber egal, das heißt, die Leute werden die dann schreiben. Also wir drehen den Spieß um, wir verkaufen den Fitline Power Cocktail nicht dadurch, dass wir Fitline Power Cocktail reinschreiben. Nummer zwei, Posting Nummer zwei. Entdecke das Geheimnis eines energiegeladenen Morgenrituals. Das heißt, hier geht es darum, dass wir Erfolg und Energie zusammenbringen sozusagen. Und du beschreibst hier, wie du es geschafft hast, deinen Tag mit positiver Energie und Leistungsfähigkeit zu starten. Hier teilst du deine Tipps und Tricks für den genungenen Start in den Tag, ohne dabei Fitline Power Cocktail zu erwähnen. Verwende motivierende Worte und erkläre vor allem auch, wie wichtig es ist, den Morgen bewusst zu gestalten. Also nicht einfach so laufen zu lassen, sondern wirklich den Morgen in die Hand zu nehmen, ihn zu kontrollieren und das wird dir helfen. Jetzt höre ich ab und zu in meiner Community, dass Menschen sagen, naja, ich weiß nicht, wie ich Inhalte schreiben soll und ich zeige dir das jetzt. Du siehst es jetzt nicht am Schirm, aber du kannst es selber ausprobieren. Geh auf Google und dort gibst du einfach ein Morgenritual. Morgenritual und dann lass du ein Leerzeichen und dann kommt schon Ideen. Die Leute suchen Ideen für ein Morgenritual. Genau, und jetzt nehmen wir einfach mal Morgenritual Ideen her, sagen Enter und schauen, was wir finden. Und da kommt der erste Beitrag, Morgenritual, 20 plus Ideen für einen besseren Start in den Tag. Wir schauen uns das an, um uns inspirieren zu lassen, damit wir ein Mehrwertposting machen können, um dann Anfragen zu bekommen für den Fitline Power Cocktail. Wir schauen uns das an. Da gibt es zum Beispiel Vorschläge. Meditieren, Manifestieren, Faszienrollen, Visualisieren, Wasser trinken, Lesen, Supplements, Wechselduschen, Trockenbürsten, Öl ziehen und so weiter. Irgendwas war da sicher dabei, wo du sagst, du kannst zum Beispiel zum Thema Visualisieren, kannst du etwas sagen. Für dich ein absolutes, wichtiges Morgenritual. Aber das wichtigste Morgenritual, das dein Leben verändert hat, das sage ich dir, wenn du mir eine Nachricht schickst. Verstehst du das Prinzip? Sehr, sehr einfach. Und wir machen gleich weiter mit dem Posting Nummer 3. Ich möchte dich einladen, meine Community zu kommen. Viele Fitline-Team-Partner sind schon dabei, knapp 20.000 Leute sind in der Community. Dort zeige ich dir, wie ich mein Fitline-Business aufgebaut habe. Im sechsten Monat 100.000 Monatsumsatz, im siebten Monat 210.000 Monatsumsatz. Ohne der Namensliste, ohne der Spam-Liste und ohne Homepartys, nur mit Facebook. Wenn du das möchtest, unterhalb vom Video findest du den Zugang. Lass uns weitermachen mit dem dritten Posting. Deine Geheimwaffe für einen vitalen und fokussierten Tag. Möchtest du den ultimativen Vorteil für einen vitalen und fokussierten Tag kennenlernen? Und jetzt teilst du deine Erfahrungen. Wichtig ist auch immer, dass du sagst, es sind meine Erfahrungen. Sag niemals die drei besten Tipps, weil damit machst du dich angreifbar. Wenn du sagst, meine Erfahrungen, dann kann keiner sagen, nein, das stimmt nicht. Teile mit deinen Lesern, was dir geholfen hat, wie du beginnst, mehr Leistungsfähigkeit zu bekommen, den Tag mit Energie zu befüllen. Beschreibe vor allem, wie du dich jetzt voller Vitalität und Fokus fühlst. Wie ist dieses Feeling? Die Leute wollen dieses Feeling haben, ohne über Fiedlein-Bauer-Cocktail zu sprechen. Auch hierbei ist wieder wichtig, Mehrwert zu geben. Nutze einfach parallel auch Google. Und vergiss nicht, also denk dran, dass du die Leute einladest und sagst, das, was wirklich mein Leben verändert hat, wirklich meine Geheimwaffe. Leider habe ich sie sehr, sehr spät kennengelernt. Aber die zeige ich dir gerne. Schick mir einfach eine kurze Nachricht. Fertig. That's it. Mehr brauchst du nicht tun. Und ich möchte dich nochmal einladen, in die Community zu kommen. Hab aber für dich jetzt noch sechs Posting-Vorschläge, die ich nicht näher erkläre, aber auf die ich eingehen möchte. Lass uns gleich starten. Überschrift Nummer vier sozusagen. Aufgepasst, hier ist der Power-Boost, den du morgens brauchst. Nummer fünf. Verpasse nicht den Startschuss zu einem gesunden Lifestyle. Nummer sechs. Die perfekte Ergänzung für dein Immunsystem. Finde heraus, warum. Nummer sieben. Lass dich von der Natur inspirieren und bringe deine Leistung auf ein neues Level. Nummer acht. Starte jeden Tag mit einem Lächeln und einer extra Portion Power. Nummer neun. Willst du deinen Tag voller Energie beginnen? Hier ist der Schlüssel dazu. Nummer zehn. Gute Nachricht für alle, die nach mehr Vitalität und Fokus suchen. Also hast du einige Vorschläge. Wenn du den nächsten Schritt gehen möchtest, ich bin in meiner Community jeden Tag. Also ich bin nicht live, sondern ich bringe dort Postings, Erfahrungen. Und ja, danke fürs Zuschauen. Und ich kann dir eines sagen. Das Fitline-Geschäft funktioniert. Ich habe mit Fitline Power Cocktail, mit dem Optimal-Set gearbeitet. In Verbindung mit Cell Reset. Und ich habe mir damals ein Riesen-Business aufgebaut. Wirklich, das Ding funktioniert. In Kombination mit Facebook ist es wirklich wunderbar. Ja, danke fürs Zuschauen. Und rock it. Bye, bye. Dann Willi. Ciao. Ciao.